Ohne sie gibt es keine sichere mobile Kommunikation, die SIM-Karte. Zur Datensicherheit ist auf ihr ein individueller Verschlüsselungscode versteckt. Den Machern der Enthüllungsplattform Intercept zufolge könnten amerikanischer und britischer Geheimdienst genau diese Verschlüsselung nun millionenfach gestohlen haben. Weltweit für die Mobilkommunikation heißt es, dass der eine Vertrauensanker, auf dem alles basiert, nun weg ist. Dass alle Sicherheitsmaßnahmen und alle Sicherheitsvorkehrungen umsonst sind. Mit anderen Worten, die gesamte Technologie ist kaputt. Jede SIM-Karte hat ihren eigenen Verschlüsselungscode. So können Daten mit dem Provider sicher ausgetauscht werden. Ausgerechnet diese Codes sollen die Geheimdienste nun millionenfach erbeutet haben. Die Folge, gänzlich unbemerkt könnten Amerikaner und Briten Telefonate und Daten von Handynutzern mitgeschnitten haben. Sie können natürlich nicht umfassend diese Daten dann auswerten und uns entsprechend diskriminieren und manipulieren. Aber wir müssen damit rechnen, dass im Prinzip alles, was wir tun, von diesen Geheimdiensten mitgehört, mitgesehen und mitgescannt werden. Gestohlen wurden die kurz laut Bericht beim weltgrößten SIM-Kartenhersteller Gemalto. Dort heißt es, man nehme die Sache sehr ernst. Die Karten der Firma stecken auch in Millionen deutschen Handys. Die Mobilfunkanbieter fordern nun Aufklärung. Wer so lange nicht warten will, sollte am besten eigene Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel mit Verschlüsselungs-Apps. Die gibt es fürs Telefonieren genauso wie für den sicheren Datenaustausch.